Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf Dignalista Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego zu dir in der Cover. Fahrer! Ich weiß von nichts. Keine Sorge, die meisten meiner Leute sind Idioten. Aber nicht du! Ich bin dich gut! Warte mal, das kam jetzt falsch rüber. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, ich hab da was für dich. Fahr zum Crescent Park, Kai. Zerfahrt! Okay, machen wir. Freundlich wie immer. Polizeiangelegenheit. Ups. Okay, so. Mach mal kurz einen kleinen Cut-On, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da bin. Okay, Leute, ich bin da angekommen, endlich meiner Ewigkeiten. Ähm, und ich merk grad, ich hab das hier schon mal gemacht. In diesem anderen, also in dem... Bist du schon da? Ja. So, Leute, jetzt aber weiter geht's. Aber warte mal, ich mach das hier auch noch eben zu Ende. Also ich fahr da eben noch mal kurz hin, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Dort, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und hier müssen wir jetzt irgendwas machen. Zack. Alles klar, da kommt einfach irgendwas raus. Okay. Sehr interessant. Aha, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen einmal hier rein. Zack. Und einmal wieder raus. So. Zack. Bam, bam. So, oben bin ich. So. Das müssen wir wahrscheinlich später wegsprengen hier oben. Beziehungsweise, ich kann das auch jetzt mal eben machen. Weil irgendwo hier ist so ein Automat. Wo man so ein Dynamit-Dingen holen kann. Hier nämlich. So. Zack. Perfekt. Elber-Statium-Zertörter. Elber-Statium-Zertörter. 17 Stück. Okay, so. Wir haben es jetzt auf jeden Fall hier mal gesprengt. Jetzt müssen wir nach da oben. So. Ach so, ich muss mich da hoch zeigen. Zack. Junge, was? Junge, was? Ich tp mich jetzt einfach irgendwo hin. Ha. Geil. Spezialauftrag. Fiese Astronauten. Warum heißt das fiese Astronauten? Da ist ein Polo-Zist. Alter. Da ist ein Polo-Zist. Alle Techniker bitte an der Shuttle-Rombe melden. Geil. Mann, es hieß doch nur ein kleiner Schritt. Perfekt. Während die Techniker am Shuttle arbeiten, schnappe ich mir den Mond-Buggy, denn der ist irgendwo in der Nähe von da. Okay. In der Mitte des Shuttles. Ganz haupt auch noch in der Mitte. Alle, Chan will, dass ich einen Mond-Buggy klaue. Wow. Leider bin ich im Kontrollraum und der Buggy ist im Shuttle, umgeben von den ganzen Technikern. Vielleicht kannst du ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Wozu sollte das denn gut sein? Weil sie dann in den Kontrollraum kommen werden, während du dich in den Hangar schleichst. Okay, ich drück da mal nach Knöpfe. Was soll schon Schlimmes passieren? Eine Rakete zu steuern unterscheidet sich bestimmt nicht großartig vom Rodeo-Reiten. Okay. Okay. Ah, hier kann ich hier wieder irgendwas machen. So. Ganz plötzlich spawnt hier auf einmal irgendwas. Bereite Rakete für den Triebwerkstest vor. Überprüfe Sicherheitsmaßnahmen. Und... Ja, Handbremse ist angezogen. Alles klar. Wir machen hier nochmal kurz alles kaputt. So. Zack. Hier komm ich glaube ich nicht rein. Das heißt, ich muss so oder so hier hin. Und dann beigen wir uns einmal nach da oben wahrscheinlich, ne? Ja. Von einem Teleporter in seine Atome zerlegt zu werden, kitzelt irgendwie. Okay, so. Bauen wir hier auch nochmal alles ab. Okay, und bauen auch irgendwas hier an der Wand dran. Alles klar. Stark. Wir bauen hier einfach Bilder. Perfekt. Da ist glaube ich was kaputt. Was müssen wir jetzt machen? Okay, zack. Wieder irgendwas bauen. Wer hätte es gedacht? Ah, jetzt ist hier dieses Farbdingen. Warum sollte ich jetzt grün holen? Na, jetzt ist die Tür hier offen. Geil. Jetzt muss ich hier unten irgendwie... Ähm... Nein. Funktionstüchtigkeit des Duftbaums überprüft. Ich bestätige Kiefernfräsche aktiv. Wiederhole. Kiefernfräsche. Da ist eine Lücke auf der Strecke. Oh, warum hängst du jetzt, Spiel? So, bauen wir hier mal noch das dritte Bild. Junge, was macht mir nicht vor, dass meine Armbanduhr nicht so eine Batterie braucht? Äh, warum kann ich das nicht weiterschieben? So, hier fehlt was. Ach, ich brauch Dynamie. Ah, ne, da oben ist was. Bam. Okay, so, jetzt kann ich sie weiterschieben. Hallo, weiterschieben. Ein Techniker muss mal die Einspritzentriegelungsklappe überprüfen. Und dann brauche ich noch einen Techniker, der mir erklärt, was zum Henke einer Einspritzentriegelungsklappe ist. Vielleicht der Getränkehalter? Was für Getränkehalter? MDR 2 Wersagen ist ja auch wieder werde, wenn die Somd hat. Das ist alles, was du denkst. Erledigt. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Junge, man kann hier aber auch wirklich jedes einzelne Ding schrotten, ne? Was ich natürlich gut finde. Da ist auch wieder irgendwas. Nee. Okay, so. Zack. Okay, Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Dort, wo wir zuletzt Aufgeld haben. Und hier müssen wir jetzt irgendwas machen. Zack. Alles klar, da kommt einfach irgendwas raus. Okay. Sehr interessant. Ah, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen einmal hier rein. Zack. Und einmal wieder raus. So. So. Zack, bam, bam. So, oben bin ich. So. Das müssen wir wahrscheinlich später wegsprengen hier oben. Beziehungsweise, ich kann das auch jetzt mal eben machen. Weil irgendwo hier ist so ein Automat, wo man so ein Dynamit-Dingeln holen kann. Hier nämlich. So. Okay, so. Wir haben es jetzt auf jeden Fall hier mal gesprengt. Jetzt müssen wir nach da oben. So. Ach so, ich muss mich da hoch zeigen. Zack. Junge, was? Ich tp mich jetzt einfach irgendwo hin. Ha. Geil. Spezialauftrag. Fiese Astronauten. Warum heißt das fiese Astronauten? Da ist ein Polo-Zist. Alle Techniker bitte an der Shuttle-Rombe melden. Geil. Mann, es hieß doch nur ein kleiner Schritt. Perfekt. Während die Techniker am Shuttle arbeiten, schnappe ich mir den Mondbagi, denn der ist irgendwo... In der Nähe von... Da. Okay. In der Mitte des Shuttles. Ernsthaft auch noch in der Mitte. Ali, Chan will, dass ich einen Mondbagi klaue. Wow. Leider bin ich im Kontrollraum und der Bucky ist im Shuttle, umgeben von den ganzen Technikern. Vielleicht kannst du ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Wozu sollte das denn gut sein? Weil sie dann in den Kontrollraum kommen werden, während du dich in den Hangar schleichst. Okay. Ich drück da mal nach Knöpfe. Was soll schon Schlimmes passieren? Eine Rakete zu steuern unterscheidet sich bestimmt nicht großartig vom Rodeo-Reiten. Ah, hier kann ich wieder irgendwas machen. Ganz plötzlich spawnt hier auf einmal irgendwas. Bereite Rakete für den Triebwerkstest vor. Überprüfe Sicherheitsmaßnahmen und... Ja, Handbremse ist angezogen. Alles klar. Machen wir nochmal kurz alles kaputt. So. Zack. Okay. Hier komme ich glaube ich nicht rein. Das heißt, ich muss so oder so hier hin. Und dann beamen wir uns einmal nach da oben wahrscheinlich, ne? Ja. Von einem Teleporter in seine Atome zerlegt zu werden, kitzelt irgendwie. Bauen wir hier auch nochmal alles ab. Okay. Und bauen auch irgendwas hier an der Wand dran. Alles klar. Stark. Ich baue mir einfach Bilder. Perfekt. Da ist glaube ich was kaputt. Was müssen wir jetzt machen? Okay, zack. Wieder irgendwas bauen. Wer hätte es gedacht? Ah, jetzt ist hier dieses Farbdingen. Warum sollte ich jetzt grün holen? Ah, jetzt ist die Tür hier offen. Geil. Jetzt muss ich hier unten irgendwie... Ähm... Nein. Funktionstüchtigkeit des Duftbaums... ...überprüft. Ich bestätige. Kiefernfrische aktiv. Wiederhole. Kiefernfrische. Da ist eine Lücke auf der Strecke. Oh, warum hängst du jetzt, Spiel? So, bauen wir hier mal noch das dritte Bild. Junge, was macht du denn nicht vor, dass meine Armbanduhr nicht so eine Batterie braucht? Ey, warum kann ich das nicht weiter schieben? So, hier fehlt was. Ach, ich brauche Dynamie. Ah, nee, da oben ist was. 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 Bamm. Okay, so, jetzt kann ich weiter schieben. Hallo, weiter schieben. Ein Techniker muss mal die Einspritzentriegelungsklappe überprüfen. Und dann brauche ich noch einen Techniker, der mir erklärt, was zum Henker einer Einspritzentriegelungsklappe ist. Vielleicht der Getränkehalter? Was für Getränkehalter? Was für Getränkehalter? Vers tänkte es. AINC! 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 THEY contro controllers! Erledigt. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Junge, man kann hier aber auch wirklich jedes einzelne Ding schrotten, ne? Was ich natürlich gut finde. Da ist auch wieder irgendwas. Die Computer zu zerstören war wohl nicht die Lösung. Haha, nee. Okay, so. Zack. Okay, so. Weiter geht's. Okay, eins ist aktiviert. Bestände der Flugverpflegung werden überprüft. Brezelsituation kritisch. Bestand von Schokolade und Süßigkeiten adäquat. Softgetränkenachschub gewährleistet. Fünf Geschmacksrichtungen. Davon zwei Leid. Junge, die labern hier irgendeine Scheiße, ey. So. So. Zack. Junge, wo führt das hin, Alter? Ah, hier. Zack, das letzte. Am Mikro, wir spielen die Hits sechs Wochen non-stop. Radioempfang funktioniert 1A. Was soll ich jetzt mit dem Ding machen? Jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr, was im Arsch wird. Das soll auf jeden Fall nicht kaputt schorten. So, warte mal. Ach so. Hättet den einfach nur auswählen müssen. Perfekt. Egal, Leute. Ich würde nur sagen, das war's mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abbot und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Dörer vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit geheimen Videos mehr verpasst. Hat mich noch mal stopp. Haut rein mit eurem Hitsch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.